Alter, 4500 Friendly Fire, Sean. Ja, tut mir leid, aber guck mal dafür meine Kills an. Also, es gibt halt immer ein bisschen Abstriche. Dann waren da halt bei den 2000 Kills, zehn Friendlys dabei, was soll's. Aber wo waren wir jetzt? Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war. Ah, hier. Der Krimsicker. Die Mission ist jetzt abgebrochen, weil wir die verloren haben. Echt? Für immer? Ja, da ist die ganze Operation dann gescheitert. Oh. Wir müssen jetzt quasi eine neue Operation starten. Ah. Notfallevakuierung. Interkontinentalrakete starten. Ja, sucht ihr aus, was wir machen sollen. Die Rakete. Interkontinentalrakete. Soll ich dann mal nicht mein Mercy mitnehmen? Deinen anderen Türme kannst du gerne. Weil ihr seid so ein bisschen so, du tötest so viele, weil du ein wahrer Demokrat bist und keinen Unterschied zwischen Freund und Feind macht. Genau, richtig. Demokrat. Genau. Ist der Mörser nicht gut oder so? Nee, der tötet wohl. Der tötet wohl zu viele selbst. Vielleicht haben ja die Bots so fernkampfmäßig und dann kann man ihn besser benutzen. Ja, okay. Einfach kein Mörser, aber das kriege ich hin. Ah, nee. Mission starten. Ach, nur Wörter. Ich kann ja gleich auszählen. Okay, von wo nach wo muss man? Ja. Wir müssen erst diese Subobjectives machen, hier diese zwei. Ja. Und dann können wir das obere machen. Ja, okay. Also alles, aber nicht die Mörser? Ja. Es gibt einen Mörser, einen EMS-Mörser. Der schießt quasi nur Stunnen-Granaten. Also der kann dann die ganzen Gegner, ähm... Stunnen. ...die Bock auch, diese, diese Verlangsamungskranaten. Mmh. Aber das habe ich noch nicht. Danke, Mercury. Danke, Mercury. Danke, Mercury. Danke, Mercury. Danke. Danke schön. Danke. Danke, Mercury. Wir haben jetzt Chips geholt. Was? Hat er dir Chips geschenkt? Wieso schenkt dir Mercury Chips? Nee. Ich habe dir ein BB geschickt. Ach so. Wäre schon sehr witzig, Mercury. Schenk mal Chips. Bitte Chips. Ja, haha. Ist schon witzig. Ja, Mercury. Mach mal. Oder nee, doch nicht. Nein, 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 das gönne ich Tim nicht. Nicht Spaß. Wow. Ich gönne dir Chips. Ich gönne dir Chips, Tim. Ich würde dir auch sogar... Guck mal, wir haben so richtig geilen Schokopudding. Ich würde dir sogar auch einen abgeben. Mit Liebe. Mit Liebe. Marco. Nicht bummeln. Ja. Tim, hast du noch irgendeinen Buster? Ein Chipspackung. Ja, aber Tim hat doch vielleicht auch einen. Aber nee. Nee, pack mal die ersten zwei. Aber noch sehr lange. Okay, okay. Okay. Dann nehm ich den. Oh Leute, du hast den Portal Booster. Portal? Ja, das ist doch das Portal Zeichen. Ich hatte sie gesehen. Ja, du bist ja. Aber er spricht nicht für dich. Ich bin übrigens Sänger und Leute. Also wenn ihr meine Musik hören wollt, ne, findet ihr auch Spotify, Apple Music. Ich bin von meinen englisch gleichen Gesang bekannt. Oh, super. Der Schicksal aller Menschenkinder liegt in ihrer Hand. Lassen Sie sie nicht im Stich. Die Liebe direkt im Nest. Mach mal es uns doch direkt einfacher. Guck mal. Wer direkt neben mir diesen scheiß Pokéball hingemacht hat. Ah, ich guck mal. Dieser jemand hier. Dieser jemand. Alter, hast du mich gerade geschlagen? Hä? Wo ist denn? Ah, da. Sag mal. Ich pass diesmal nicht. Leute, ich hab hier was Süßes. Wir haben mich da dahin. Ich hab ein kleines Mienenfeld. Danke. Komm wir hier durch. Kleine Süße Mienen, dir Gott ist überall zu sehen. Da kommt auch was raus. Opa musst du fragen, um sie zu verstehen. Was ist los? Ich schon tot oder was? Nee. Ich doch nicht. Agfa, Polenburg, wuuu. Großdeutsche. Aber noch links. Irgendwie näher mehr links. Ba da da loo. Achtung, Russa. 200 Meter. Oh, ja. Und schön den Booty Boot anhauen. Oh, perfekt. Boah, nice. Die Käfer halten aber auch wirklich viel aus. Das ist ein T-Panzerchen. Der hat meine Sniper. Nein, der hat meine Sniper zerführt. Na, die liegen auf dem Boden, Tim. Chillen Sie die Basis. Sei doch nicht so easy, Mie. Ja, ist vielleicht ein bisschen Schnodder dran. Aber das ist doch voll okay. Jetzt sei mal nicht so. Ist Ihnen da dran? Ja, da sind halt jetzt ein paar Käfergedärme dran. Ah, okay. Ähm, ich hätte hier Muni, Leute. Ich habe hier Muni platziert. Ist schön. Ja. Ich hätte Sniper zu verschenken. Ja, okay. Oh, echt? Oh. Nein. Schade. Also, sobald ihr die zwei mal verrufen könnt, bitte Bescheid sagen. Weil ich habe keine Zwei-Buff. Ich habe nur meinen Doggo, ja. Ja, okay. Wo ist... Hier ist Muni. Ach, liegt das gut. Gut. Da unten hat es der Käfer-Mörser. Aua, aua. Oh. Alter. Wir haben auch Mörser, ist unklar. Das heißt dann auch, du und die haben Mörser. Ja, du hast gesagt, ja. Ich habe extra meinen nicht weggenommen. Weil da so ein kleiner Mr. Mecca-Breaker sagte. Sieht ihr jetzt bekannt vor? Mr. Mecca-Breaker. Ich glaube, du musst dich ummenahlen. Ich habe so einen guten Namen für dich gefunden. Mr. Mecca-Breaker. Da ist er. Am Start. Haben wir auf dem Fall eine Ionenstürme? Ja. Das ist der... Ja, ja, ja. Aber ich finde, die Ionstürme sind angenehmer als die Feuerstürme, die wir hatten, wenn ich ehrlich bin. Naja. Ich möchte nicht undankbar sein, aber... Da hinten leuchtet das Gold. Da können wir Leute gucken. Oh, danke, Markus. Wie von dir. Du leuchtest auch manchmal Gold. Oder meintest du Loot? Ich kippe, meint es nicht. Nein, natürlich. Wieso? Warum meint er nicht mich? Findest du nicht, dass ich manchmal Gold leuchte? Bin ich nicht ein Gold, Schatz? Ein süßer, kleiner Gold, Schatz. So am Komplimente fischen. Oh, oh, oh. Ja, ich muss gleich kotzen. Ich merke selber. Ich mach das mal, ne? Signalstärke, ne? Achso, oh, ist schon richtig eingestellt. Ja, und kann ausrichten. Ja, die Ionstürme müssen jetzt zwei Sachen machen. Ich bin am Terminett. Okay, es lädt jetzt sieben Sekunden mehr. Leute, ich mache ein paar Minen. Nicht. Da wollen wir mal auch hin gleich. Ja, dann geht er außen rum. Aber guck mal, da sind ein Viecher. Die kommen da gleich durch. Die kommen da gleich durch. Außerdem sind das Demokratie-Minen. Alter, der schmeißt die so weit, das ist krass. Das ist doch nicht weil. Du bist ja ein bisschen pingelig. Zum Glück sind das Demokratie-Minen. Äh, bitte. Irgendwas muss ich aktivieren. Bitte Transformation aktivieren. Äh, da drüben. Ja, ich glaube, ich weiß noch. Ja, aber der schießt leider. Pass auf, ne? Das Töpfchen schießt er gerade. Ja, geil. Was soll ich machen? Gehen wir zu dem Golf? Wo müssen wir lang? Ich glaube, ich habe mal durch die Minen. Die Minen, durch die Minen. Ja, Marco. Du, guck mal, du kannst ja auch hier oben langen. Guck mal, es sind keine Minchen. Manche Leute wollen es halt wissen. Ja. Manche Leute laufen auch in ein Minenfeld. Du hast durch ein Kriegsgebiet. Über alles Dynamit. Manche Leute. Du denkst, es ist nur ein Spiel mit deiner roter-roten Brille. Ah, da hat ein Vieh Schwaben gerufen. Recht hinter dem Ding. Ui ja. Ah ja. Auf. Erwoh. 100 Gold erhalten. Wir benötigen ein Geschütz. Was war drin? 100 Gold. Ich würde empfehlen, Türme hinter diese Dinger zu werfen. Hinter die was? Hinter die Schwaben aus Brüche da. Ah, okay. Aber dann schießen die doch. Wir sind jetzt genau da drauf und da haben die Viecher direkt kaputt gemacht. Ja, aber das Ding ist, dann schießen die doch auf uns. Ey, hier ist noch so. Ich bin so seitlich dahinter. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Puku, puku, puku. Das ist eine. Ich? Eine was? Eine coole. Okay, ich bin dann weiter. Ey, ich hab hier Nachschub geholt, ne? Bevor wir hier gehen. Hier 50 gleich. Nachschub. danke wohin wohin ich hab gar nicht in die wohnen ich hab ein bisschen viel blut an mir klingen ich glaube dass wir eine forschungsstation kaputt machen auf dem weg passt doch meine mine auf ja das ist eine patrouille ja bitte geschützt ja bitte verfestigungen happy birthday to you happy birthday to you happy birthday und das war mein geschenk ich frage mich ich frage mich ob wenn man hier alles zusammenschneidet irgendeiner mein psychisches profil irgendwann aufstellt und sagt alter falter richtig dumm ich meine ich singe gerade happy birthday weil ich den ganz viele mien geschenkt habe ganz wie granätchen spricht nicht für mich das möchte ich nur mal euch mitgeben Leute ich weiß nicht ob man da alles zusammenschneiden muss ich meine wir sind lange befreundet aber damit ihr bescheid wisst mit wem ihr eigentlich befreundet seid und dann macht ihr das so keep keep psychos close und dann passiert nichts ausmacht ähm ja aber ich mag es schon seit vier jahren den tipp zusammenschneiden ah geil ja den kriegst du dann zu deinem 40 oder so ah cute oh mein gott will ich jetzt aber wirklich zum 40 haben ne ich hoffe du schreibst was schönes zusammen ja ich mach die bombe ne ok und weg schaut mal weg 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 what das ging sehr schnell ich bin tot oh oh wenn die gezündet ist dann explodiert die sofort Tim oh ja 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 wir haben direkt bei uns ist jetzt die ganze zeit nichts gestorben jetzt direkt drei auf einem schlag ich glaube wenn man sich in sicherheit wiegt leute ne aber ich muss jetzt gucken wir legen mal proben jetzt von unseren leichten ja ich hatte gerade mir so nen guard geholt aber ich seh die nie hier oder wo bin ich hier ja ist der da ist der da äh brauchst du ein Maschinengewehr ja ich jetzt kann ich gleich ein Maschinengewehr holen ja also so ne so ne waffe alter da rennt der Heftgegenwehr ja ja gerne hier bei dem Punkt kommt ja ok wir können halt immer ne Waffe auf der 3 haben auf einem Rucksack ja 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 das weiß ich ich hab jetzt auch noch hier irgendwo liegt jetzt noch ein was war das weiß ich nicht ok ah Mörservieh ähm ich wollte euch sagen irgendwo liegt noch so ein Guard rum ja also es gibt hier au aaaaaaah irgendwo gibt es noch so ein Doro wollte ich mir sagen ok nice kann sein dass es ein bisschen nahe ist ähm ja das ist ziemlich passe hier müssen wir ja gar nicht mehr sein oder ja deswegen wollte ich von hinten uns schützen ja hier ist wieder ein Nachschub ne irgendwo leute guck mal bitte aufm Boden irgendwo liegt noch mein kleiner Guard achso du hast den ok ich würd Eier mal kurzes Nest machen ja wo bist du ah da komme kommen wir mit das ist noch ein Mini-Nest Max auch die Demokratieiesz With Ascalon Askalon Boah, Ascalon. War her der Ringe, oder? Verdammt. Au! Sag mal! Irgendjemand hat mich auch geballert von hinten. Was habt ihr reingeflogen? Eingeflogen? Ja, das war mir gefützt, glaub. Das steht da vorne. Das gibt da vorne alles. Du bist zuverlässig, ne? Ja. Okay. Wir sind ziemlich nah an den Dingen. Ja. Ich komme euch hinterher. Ich glaube, ich bin einfach der schlechteste Probensammler der Welt. Oh, die lagen einfach rum. Okay. Großer. Direkt dahinter? Okay. Ja, war ich. Okay. Okay, ist tot. Muss da noch einer sein, oder? Oder war das der? Nee, das war der. Nee, das waren seine. Ach so. Die leben immer ein bisschen länger als wir. Ach so. Ich musste einen Happen von meinem Pudding kurz essen. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Immer am Essen, ja. Okay, gehen wir die Nester ab und dann nach Norden? Ja. Ja. Also, nach Norden die Nester abgehen sollen. Ja. Ein Fragezeichen auf der Map, direkt vor uns, ne? Wo? Da. Alter, Tim. Ich steh vor dir und du ballerst in meine Richtung. Sag mal, ist ja schön, dass da ein Gegner ist, aber da bin ich halt auch. Verlaufe alle die Menschen ausfällig. Alter, ich bin ganz normal geradeaus gelaufen. Du hast einfach geballert. Fast. Ich bin zur Seite gehechtet. Ein Leben zu haben wir vorbei. Ich hab nicht mal auf den gezielt. Ich hab bei dir vorbeigezielt. Ja, aber du treffst dich. Ja, bist du nicht so, ne? Ne? Natürlich. Ich wette mit dir. Ich hab diesmal den besseren Treffsicherler als du. Und wie viel wetten wir? Ähm. Ähm. Ja. Eine Chips-Tüte. Ah, Chakalaka. Okay, eine Chips-Tüte. Chakalaka. Wird gemacht. Ja. Nachlag. Ich glaube, ich sterbe nicht. Ähm. Hier sind solche Nester. Jetzt mach ich try harder, ne? Oh, die Minen. Okay. Was denn? Alles gut. Ja, hier sind doch keine Minen. Meinst du? Alles gut. Ihr habt... Ihr habt hier ein... ...eine... 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 ...eine Medaillen abge... ...klemmt. Oh. Oh. Oh, Jun. Ich hab grad was losgekommen. Komm. What? Oh, nee. Ionen-Sturm. Echt? Oh, je. Ja. Ja, ja. Kommen wir zu euch. Also ich bin bei Zim. Oh, das sind ganz viele von den Türmen, ja. Oh, das sind ganz viele von den Türmen, ja. Oh, das sind ganz viele von den Türmen, ja. Oh, das sind ganz viele von den Türmen, ja. 100 Meter. Oh! Oh, diese Lasermann. Ja, die ist... Die ist super uncool. Einfach fern halt. Also die sind richtig cool, aber... Ich merke schon, egal was ich mitnehme, es gibt da immer Beschwerden. Im billigen Reihen. Was denn? Was denn? Ich bin was verbrennt. Durch meinen Laser. Ah. 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 Ach so. Ah. Ich fand das A sehr verständnisvoll. Oh. Ja. Ah, über secret. Oh! Wie. Ah. Oh! 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 Ich habe auf den Großen geballert. Ganz kurz nachladen. Ähm, Muni hat, äh, weiß ich nicht. Wo? Irgendwo da in den Leichen. Hier liegt Muni. Aber du sagst es schon richtig, in den Leichen. Schau hier. Hier liegt noch mehr. Wo? Naja. Ah ja. Dann da ist er. Cool. Dann, äh, das Nest da. Hier vorne ist Nest, das Nest, das Nest. Ah ja. Mach das eben. Wir können die Radarstation machen. Ähm. Es ist schon ein wenig gemein, dass wir die Nest da töten. Machen wir uns mal um den da. Tja. Tja. Da könnte der Rauch weggehen. Tja. Tja. Hör ich mir das ein oder ist da links in dem Booms irgendeine Party? Ähh, ich seh nichts mehr. Ähh. Alles tot? Alles tot. Das ist sogar eine Artillerie. Bitte? Das ist eine Artillerie direkt nebenan. Böse? Achso Leute, weil du sagst immer Artillerie auch zu den grünen Bösen. Deswegen war ich voll verwirrt. Superjahr der Artillerie. Du bist auch eine Superjahr der Artillerie. Bitte. Ich hab noch einen Guard-Doc gerufen für euch. Es gibt so weirdes Ankomplimente aus. Nein, das ist überhaupt nicht weird. Von dir ganz süß. Supererde Artillerie. Supererde. Guck mal. Nimm einfach den Doco. Wierde Komplimente. Sei froh, dass du welche bekommst, du undankbarer Sack. Hallo? Will jemand den 1,2 T-Sniper? Ja, ich bitte. Den mag ich am liebsten. Wo denn? Ich bräuchte Hilfe. Aber ich glaube... Tim, wo denn? Äh, ich schieb. Gerade Atom. Ah. Ja, fisch, fisch, fisch. Geil. Ich helfe. Au. Fast tot, ey. Uh. Oh. Ja, hab ich gemerkt. Alles tot. Wo denn die Orbitatsmacht? Schattkennel durchbruch. Schattkennel durchbruch. Wir benötigen ein Geschiff. Wir benötigen ein Geschiff. Wir benötigen ein Geschiff. Alter. Deswegen ist die Griecheler keine freie Schussbahn irgendwie. Egal, ich schieße da hinten drauf. Reistot? Schon tot. Ist noch ein Maschinengewehr, falls irgendwer braucht. Oh mein Gott, ich werde zampfen. Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Hast du schon? Ja, ja. Ein ganz großer ist da hinten, na? Hier, markiert. Hier, wir können los. Großer, ne? Großer, habt ihr mitbekommen, ne? Hier, mehrere sogar. Naja, aber nicht, nicht, nicht. Doch, aber ich war ja, allein, war ja. Die halten aber auch viel aus, ne? Ja. Oh. Oh, oh. Okay, äh, kommst du mal mit mir kurz mit? Oh, nee. Ja. Warte, ich brauch noch Muni. Oh Gott, die sind Minen. Nice, Makassi. Ah, Minen hat mich. Alter, Wheelie. Ich hab dich. Die hab ich nicht gesehen. Was ist? Die ist halt rot auf rot, ne? Ja. Aber super rot leuchtend auf, bisschen rot, Gras, komm. Ey, wohin? Ähm, seht ihr diesen Stein da hinten? Leuchten denn? Ja. Die Markierten. Da müssen wir mal hin. Okay. Pass auf, hier sind Minen. So manch... Was ist denn einer? Einer könnte die nicht sehen. Wo sind Minen? Ah, da ist sie. Aber die sind auch gut versteckt im Boden hier. Ja, habt ihr schon mal. Das ist halt auch wenn ich so'n Schlamm tatsächlich zu zeigen. Ja, bitte, geschützt. Geschützt unterwegs. Okay. Ja, Minen, die... Die Minen müssen nicht gut versteckt sein. Die Monster sind blöd. Sind sie gar nicht. Was ist los? Alter, Mako, das war knapp, ne? Was ist los? Ach, ja. Muni, 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 Muni hier, 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 euch nachschufen. Wir sind echt überall blut und leich, ne? Meine, meine, meine... Ist das Nest noch? Ah ja, danach, genau. Geht mal dahin, da gibt's ähm... Müssen wir dran lecken? Süßigkeiten. Ja, ja. Oh, was ist das denn? Super-Uranium. Überproben. Oh nein, wir sind wieder in einem Sturm. Falsch vergn fatal nicht. Ja, Alter. Okay, da war eine... ... alte Nuklearbombe. Bitte einmal... Sie waren vielleicht tot? Ja, ja. Kinder, unten war das Nest. Ja, da kommen wir ja in die Richtung. Ja, wir müssen ja sowieso... Also, wir müssen dann ganz nach Norden. Na gut schon. Mal dред. Was wird, wer hattender von euch irgendwie erzählt, wie lange die Stürmen so dauern? Ähm... Minute. okay ungefähr ja aber jetzt gerade aber nicht so lange vorsicht artillerie kommt jetzt in gegner artillerie oder von uns ja vorher so schweigen wir können wieder wir können okay Okay. Okay. Alter, das ist hier eine Aus... Oh, what? Von irgendwas, wo dich... Achso, das war eine 500, ne? Ja. Wie oft kannst du die machen? Äh, zweimal? Und was? Wer ist noch ganz großer? Wer ist gestorben? Ich bin auch tot. Ich hab dich, ich hab euch. Oh, okay. Wuuuh. Tot? Oh, ja, voll, nur fähig war. Vielleicht kannst du den platt machen, vielleicht kannst du den platt machen. Ja, das sollte passen. Ja, du schon. Ist tot? Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich hab keine Granaten mehr. Ist auch tot, der zweite Große? Zuhauen. Ah, Wunderkerzen. Wihi, wuhu, wuhu, wuhu. Ähm, ich werfe in eure Richtung Nachschub. Ja. Ausrüstungspaket trifft ein. Ähm, die Mamsen Granaten werfen. Ja. Von hinten, komm. Alter, sind das viele. Picher? Ja. Ja. Da ist der Luftschlag, der normale Hartlandschlag. Ja, den hab ich ja. Der landet immer parallel zu dir. Ja. Also so unter dem T. Okay. Wenn man den richtig zielt, dann können wir da schön mehrere Dinger komplett machen. Okay, meine Haftgranaten funktionieren so gut mit dem Löcher. Ja, dann hol ich eben Nachschub, da müssen wir aber alle rein. Ich hab... Wir müssen alle unten rein. Wohin? Ja, du musst mitkommen. Granaten reinschmeißen, Löcher. Ja. Ja. Ich hab Oma bei Nachschub geholt, ne? Hat sie euch gesagt. Ja, aber wir brauchen trotzdem mehr. Das sind richtig viele Löcher. Ja. Wollte euch nur Bescheid sagen. Tim, wenn du brennst, wir hechten. Ach so, ihr wollt mir rasen auf... Ja, ja. Ja. Und dann, sobald ihr erhechtet, geht das Feuer aus. Okay. Sie wehrt mit einem Schnell auf! Oh, einfach... Ja, das hab ich. Oh, daneben, daneben! Okay. Stell die Proben lang hier noch rum. Ja. Pass da aber auf, das Leuchtende ist immer eine Mine. Ja. Ich hab' den leuchtenden Schnee von der Wand. Vom leuchtenden Schnee sowieso nicht, Marco. Hast du denn bei Fallout nichts gelernt? Ja. Ich hab' den leuchtenden Schnee von der Wand. Okay. Habt ihr Bock, eine Rekette abzuschießen? Ja. Let's go. Wir haben noch eine Viertelstunde. Ja, dann zacko. Wollen wir mal starten hier, ne? Was kommt man denn hier hoch? Hier. Ich kann hier nicht springen. Warum? Ah. Doch. Du warst nur im Weg und ich wollte jetzt nicht vor allen Leuten sagen, dass du zu fett bist. So. Okay. Braucht ihr noch so ein Doggo von mir? Einen kleinen Laser-Doggo? Der ist zusätzlich? Ja. Er hat noch keinen. Ja. Werfe ich richtig in die Nähe, ja? Nur bei dir. Hinter uns ist ja da auch eine Party, aber das machen meine Tümpchen gerade, glaube ich. Mein Arm. Hab ihn. Hier, hier ist der Doggo. Hab ich geschickt. Ausrüstungspaket trifft ein. Wo genau? Ich hab keine Granaten mehr für den großen. Hier. Da. Ich seh' den Niemann da. Ja, ich kann eine Granate schmeißen. Hier sind auch die Tentakeln. Irgendwann ist gestorben. Ähm, ja, ich bin tot. Totisch? Okay, geht mal weg von dem Loch. Von welchem Loch? Äh, da wo der große rauskam. Okay. Weiß nicht, wo der große rauskam? Äh, da wo Tim ist. Läuft schon richtig. Tschüss. Hi. Tschüss, sie war zu überleben. Das ist meins. Was? Ja. Ja, die Helfer sind, äh, ziemlich. Sag auf Chile. Munitionen alle. Okay. Nice. Und, wie gab's, äh, Muni? Äh, ja, hier. Hier hatte ich Muni geholt. Soll ich immer das Terminal machen? Das ist ein bisschen neu hier. Hm, egal. Ich hab mir nochmal Munition geholt. Okay, also den Doggo hast du jetzt aufgesammelt, Schatzo. Mach's schon mal an. Ja, ja, ja. Okay. Cute, ne? Ja, bitte Befestigung. Lass sie selber benennen. Ich geh ins Terminal. Äh, ich muss hier irgendeine Zahl reinmachen. Die steht oben rechts. Ich bin ein Terminal geschätzt. Eine Probe. Ey, jetzt müssen wir hier Sachen entriegeln. Manuell irgendwie. Okay. Achso, müssen wir runter für... Oh, Manuel, warum habe ich dich automatisiert gemacht? Oh. Aber eins. Noch eins. Ja. Ich hoffe, die Mine ist weit genug weg. Vielleicht nicht. Schatzo, Schatzo, es ist dir nah. Kannst du den nächsten Schritt machen? Ja. Ich geh ins Terminal. Okay. Eine Zeit läuft runter. Ich höre was. Ich sehe was. Da ist was. Nice, das kann nichts. Wir benötigen ein Geschütz. Spring mal rein, Tim. Der ist unterwegs. Der macht das doch, Wiebke. Tim, wir haben nicht mehr so viele Leben. Stop it. Wir haben wirklich nur noch neun. Wir haben wirklich noch neun. Lass den Shit. Guck mal, ein ganz großer Bleistift kommt da raus. Schau mal. Oh ja. Können wir unsere Schulaufgaben endlich machen. Yippie. Yippie. Unsere Schulaufgaben. Ja. Ich wusste schon nicht, wie ich meine Hausaufgaben machen sollte. Ich lebe auch nicht. Aber zum Glück geht das jetzt. Guck mal, ganz in der Ferne blitzt etwas. Schaut mal. Dann hatte ich ping mal eben. Das war der Generator. Achso. Hey. Es gibt hier nur noch ein, ähm, ups. Ups. Ein Nest. Okay. Wenn wir es schaffen in der Zeit. C5. C. 5. Oh, und hier ist noch ein, ähm, ne Akzellerie, die sie nicht gemacht haben. Ach ja. Oh. Vergessen. Wer ritt. Wie liegen die jetzt denn? Wie, gucken wir mal. Oh, Artillerie kommt. Artillerie kommt. Auf uns. Ihr müsst echt mal die Dinge anders nennen. Die heißen alle gleich für euch. Slimewelle. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Lass mich einfach von ihm tragen. Denk am besten gar nicht nach. Ach, das ist die perfekte Welle. Zehn. Neun. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Acht. Sieben. Sechs. Sechs. Zündvoll. Vom Herd. Einfach rennen. Sieben. Wuh. Das ist halt mal ein Silvester-Rakete. Ich schläge die ein. Ich schläge die ein. Oh, mein Gott. Das sieht gar nicht gut aus. Ist einfach weg. Ist einfach weg. Ich wusste nicht wohin. Da ist halt ein Countdown runtergegangen. Und ich dachte mir, ich sag euch mal Bescheid. Die hat sich einfach weg. Die hat sich einfach abgehauen. Die Pakete. Wow. Du siehst gerade nicht, was da passiert. Was denn? Was denn? Ne? Ja. Die Beef-Girls sieht gar nichts. Ich habe auf die Gegner geguckt. Was ist denn passiert? Es ist ein bisschen hell. Ihre Kindes-Explosion hat. Habe ich nicht gesehen. Ich habe halt die Monster gekillt. Manche von uns müssen ja auf unsere Sicherheit stehen. Du siehst doch das Glühen. Guck mal nach Südosten. Ja, das sehe ich. Aber das kann auch einfach nur Sonnenaufgang sein. Oh, ne Witz. Ja, kann auch sein. Kann auch sein. Das sind einfach sehr intensive Sonnenaufgänge. Ne, wir hatten schon. Ne, das stimmt nicht. Wir hatten schon auf einem Planeten einen schönen Sonnenaufgang. Und einen schönen Sonnenuntergang. Also, ne, das hätte schon sein können. Ich kenne mich mit den Planeten noch nicht aus. Ja. Oder ist Moni, wenn ihr braucht? Ja, habe ich da unten hingeworfen. Ja. Ist. Oh. Wissen wir, was da gerade passiert ist? Nein. Ich weiß nur, dass es für die Demokratie war. Oh, nicht hier runterfallen. Oh, das war richtig knall. Ich wäre fast da runtergefallen. Hey nein, hier sind alle explodiert. Das laberst du, das laberst du. Weiß ja nicht. Können auch das eine Nest machen, oder? Ja, bestimmt sieben Minuten dahin. Und dann schnelle Mission. Wo müssen wir hin? Und rein und raus. 20 Minuten drücken. Ja. Wir haben noch mal ein paar... Wir machen. Mercury hat mir beigebracht, was es heißt, knapp zu sein. Also, dass nix... Tschüss. Nix. Drei Minuten noch, bis wir zum Exit müssen. Und zwei Minuten muss der Gegner noch dingsen. Also, das war knapp. Alter, was explodiert die denn? Outie. Halli, Hallöchen. Was geht? Was geht? Für die Demokratie. Wenn die Lichtfahrt gerade explodiert... Bitte? Ich bin der Lichtfahrt gerade explodiert oder so. Oh, irgendjemand von uns ist explodiert. Ja, ich hab dich. Was kam da? Hast du noch Sample zu lassen? Ja, hab ich. Wann bist du gestorben? Weiß nicht, da waren Exklusivfässer. Irgendwie sind die explodiert. Ja, okay, hast du gegengeschlagen. Nee. Sicher. Komisch, die explodieren. Du kannst das... Mit X gedrückt halten und dann oben rechts. Mit X gedrückt halten, oben rechts? Achso. Du bist mein MG. Ist das das große, oder was? Ja. Ist das schwerer als das... Ja, ein bisschen. Hat auch nur zwei Gemahe zu. Das hat tatsächlich Ruhe, äh... ...beschlagstoffen so. Aber das lässt dich so langsam lenken. Seh da, da nichts mehr. Leben die noch? Sind die schon tot? Haben wir nicht. Da gab's noch Muni? Äh, ja, hier, 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 hier. Ja, auch nicht. Zwei. Zwei Pakete noch. Wie schmeckt euch die Freiheit? Gebt da! Da, jetzt mal ganz gut. Okay. Bin ich ganz sicher, aber vor uns ist doch so'n, so'n Nebel, oder? Das lässt uns... Ja, mein' ich, mein' ich. Nebelnest. Ja, so, ab der Stufe gibt's, äh, diese großen Vierbeiner, die Nebel produzieren. Ach so. Braucht jemand noch so'n Guardstock? Oh, da ist ein ganz großer. Ja, bitte, ihr Chef. Ja, ja. Da hab' ich glaub' ich ne Haftpumpe. Ich glaub' ich hab' ich hab' so'n. Au, du... Ähm, Leute, Leute, ich bin die Letzte, ne? Ja, ich kann euch nicht holen, der Nebel ist gerade. Äh, ja. Was mach' ich? Den ist doch auch noch da. Den ist doch auch noch da. Echt? Ah, okay, okay, okay. Ich hatte drei Totenkörper gesehen. Ja. Alter. Ja, was ist das jetzt von dem Ding gestorben, von dem Adler? Der Luftschlag, ja. Wie gesagt, wenn du den wirfst, ähm, wenn der aufprollt, macht der so'n Tee. So. Von links nach rechts macht der quasi den... ...den Schlag. Uh! Sieht schlecht aus! Anfordern! Wieso, wieso, wieso? Oh! Oh, je, je. Oh, ho, 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 ho! Ich versuch's! Mach das einfach auf deine Füße, dann landen wir auf der Hand. Okay, okay! Okay, aber das schmeißen o'anders hinten. Ich hatte Panik! Oh! Ich muss rennen, Leute. Habe ich euch geholt? Ja. Oh, oh, äh, oh nein, oh, ich bin... Oh nein, mein Maus ist rausgegangen, leider. Aus dem Dings. Äh, ich schmeiß, ich schmeiß was hinten. Oh, oh, oh. Bin ich tot? Lebe ich noch? Mach mal den. Oh, 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 oh. Okay. Kann wohl nicht sein. Alter, der hat doch Beine verloren. Warum lebt der noch? Ich helfe euch. Wuhu. Sollen wir viel zu langsam evakuieren? Dann lassen wir das mit dem Nest. Also ich bin jetzt bereit, Leute. Bei mir ist ein bisschen was zu tun. Komma. Wir müssen jetzt echt viel zum Evakuieren. Ja. Irgendwann ist gestorben. Kann mich jemand, äh, proben? Ja, hab ich. Also komm ich jetzt zu euch, oder was ist die Sache jetzt? Äh. Uh. Oh mein Gott. Wir kommen, lassen es Richtung Evakuierung. Wir gehen Richtung Evakuierung? Ja, sonst schaffen wir das nicht. Okay. Okay. Wir haben die ganzen Proben. Vorne sind noch welche. Okay. Okay. Okay, 16 Proben. Das ist schon... Das. Ja. Okay, ja. Okay, zwei. Tot, der Große. Der eine Große. Ich hole ihn schon mal sehen. Ja. Ja, boah. Ja, bitte. Vielleicht treffe ich. Überhaupt nicht, oder? Ah, doch, der rennt durch. Kommt schon. Oh, perfekt. Mitten ins Gesicht. Protekt. V-Raybos kommt. Ist gar nicht wohin. Ah, ja, hinten. Hallo. Okay. Okay. Ich würde mal noch einen Dock hierhin machen. Irgendwann ist gestorben. Ich weiß nicht, vielleicht nicht. Ich hab dich, ich hab dich. Ich weiß nicht, vielleicht nicht. Okay, der ist gut. Alter, da kommt so viele da hinten. Wo denn? Andere, da. Ja. Ja, mache ich. Oh, jetzt meine Flieber da. So, jetzt mal ganz tief. Ey, auf. Erstmal, dass ich meinen Schutz komplett leer geschossen habe. Au, au, au. Ich bin für uns. Ich hab dich. Ich hab mal Leute geholt. Oder? Hä, warum ihr das nicht? Ich hab einen geholt. Ach so, okay. Man weiß nicht mehr. Aber im letzten sind wir gut. Okay, wir können nichts mehr auf dem Wasser tun. Boah, ich hab gerade noch eine Anlage gegeben. Okay. Boah, ich hatte eine rote 40. Ich hab 40 Sachen getötet. Echt? Ja. Das ist krass. Danke. 40. Das war einmal, oder wie? Mein Maximum war 50. Das ist so eine Fühlserie, oder? Ja, aber ich hab mir die ganze Zeit draufgeballert mit allem, was ich hatte. So eine Granate, Schuss. Krass. Ja. Braucht er eine neue... Ich krieg dann einen Schuss zu den Chakalaka dann von dir. Nee, nein. Du hast gesagt, tryhunt. Ich wollte tryhunt. Ich hab gesagt, ohne bessere Prezision, hab ich sie mal weit. Wo? Sitten wir uns. Ah, lol. Oh, schon wieder wäre ich fast draufgegangen, ne? Okay, und rein. Und rein. Rein. Mit drin, mit drin. Abhauen, abhauen, abhauen. Nice. Also haben wir jetzt eine Stufe 8 da geschafft. Kein Problem. Beide von dran. Ah, Leute. Stufe 8. Schaffen wir Level 10er. Ist ja auch eine Stufe 10. Hat zwei Level unter uns. Vor allem mit echt vielen optionalen Zielen. Ja. Alles außer die Artillerie gemacht. Und die Leute so, what? Und wir so, tja, Demokratie, Demokratie. Die haben gewessen die krasse Spieler. Und die Leute denken so, what? Das ist doch unmöglich. Nein, nur außergewöhnlich. Das ist doch außergewöhnlich. Ja, Munch hat das gemacht. Ja. Hier gibt schon eine Mission 7 Minimum an Medaillen. Level-Aufstieg. Jedes Mal ein Level-Aufstieg. Oh mein Gott. Ich bin schon Level 12 schon. Ja, guck mal. Ich bin 50. Boah, ich bin erschrocken. Ganz schön laut. Das warst du letztes Mal schon. Echt? Ja, das warst du letztes Mal schon. Deswegen bist du doch Schädel-Admiral. Du konntest den Titel nur mit Level 50 nehmen, Marco. Echt? Dass ich dir das Spiel erklären muss. Oh. Oh, das sind Helden. Das sind wahre Demokraten. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich richtig gespannt. Oh mein Gott. Ich bekomme eine Chips-Tüte von dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie kommt der denn her? Tja, der Tim schuldet mir eine Chips-Tüte. Das ist der. Ich habe die Wette gewonnen. Tanzt. Oh yeah. Verluste eins, Leute. Ich bin nur ein einziges Mal gestorben, Leute. Ich bin siebenmal gestorben. Oh, Leute. Ich bin mindestens dreimal durch Wiedke gestorben. Ey, stimmt doch gar nicht. Friendly Fire 105, das ist nix. Guck mal, Kevins Friendly Fire-Scherne. Guck mal vorsichtig auf Kevin. Friendly Fire. Und dann reden wir mal weiter. Alter, Leute. Ich habe 73. Achtet mal bitte auf meine Taktik-Ausrüstung, Leute. Ich würde sagen, ich habe das studiert, Leute. Ich habe es studiert. Ja, 73 ist krass. Ja, glaube ich auch. Aber weißt du was? Ich hätte es halt draufwetten, wer weniger für die Feierschaden macht. Nee, jetzt hast du Pech gehabt. Also jetzt gibt es die. Ja, du hast gewonnen. Aber ich werde sie ehrenhaft mit dir teilen. Also ich bin ein guter. Ich bin... Oh, Leute. Sagt mal meine Distanz an, Leute. Ich hätte sie auch gezahlt. Habt ihr meine Distanz gesehen? 6,9 Nein, 9,8 nicht Entschuldigung Verstärkung in 6 Ich hab 6 mal euch geholt Was? Ja Ich will mal kurz Wasser holen Alter, 26 Proben extra hier Ich hab 3 Heftig Aber ich bin unser Quoten-Junkie Elf Spritzen benutzt Gute Arbeit, so viele Proben zu sammeln Gute Arbeit Ich hab 18.000 Punkte Echt, ich habe 13.000, wow Bin eigentlich ganz Zufrieden mit dem Maschinengewehr Das hat mittlere Durchdringung Das hat starke Durchdringung Das schwere hat starke Durchdringung Hast du gemerkt Das kannst du gerade ausschießen Das war's Ja Man muss zielen Ja Oder sich zum bisschen knien Ja, das ist schon übel Oh, ich kann mir jetzt Ne schwere Mg-Stellung kaufen Oder Ich kann uns ein Schild holen Ein Schildgenerator Da sind wir geschützt Ist kein Scheiß Ja Von Art und Weise Ja Ansonsten Die renn halt rein Schießt halt nicht so viel auf uns Ach so Du machst mir das ja schon manchmal Ein bisschen kaputt Na Dann freue ich mich Und dann sagt der Herr B-Bab-Bab-Bab-Bab-Bab Dann sag ich Gut Dann nicht Ist okay Ist okay Ist okay Hallo Verstehe Verstehe Was geht denn hier ab? Ja, der Marco Der ist mal wieder so ein bisschen So Mö, 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 mö Und ich so Okay Ist tot denn? Was ist denn jetzt? Ja, ich hab Ich hab ein Schild gefunden Ich hab so ein richtig geiles Schild gefunden Schildgenerator heißt es Boah, geil, ne? Ich bin der Folge voll lieb Und so weiter Und Macht dann für uns alle so ein Schild Und dann sagt er so Ne, ist gar nicht gut Dö, 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 dö So ich so Ja, gut Hat er genau so gesagt Hat er genau so gesagt Sogar mit den Döds Eins zu eins Eins zu eins Ich lüge nicht Verlabern sie Ich lüge nicht Ich lüge nicht Ich lüge ein bisschen vielleicht Aber Was auch immer Gucken wir mal Was wir schon haben Eieiei Ich hab nicht genug Medaillen Leider Ich Will sparen Ich hab Vitalitätsverbesserung Brandminen Oh Hast du die schon? Ja Die sind geil Die mag ich Also die Die ich jetzt mit hatte Waren tatsächlich Brandminen Ah ja Ja, komm Nimm mir die auch mit Doppelt Hält besser Ja, aber du Schießt Sachen immer Ziemlich nah zu uns Ich weiß nicht, ob du Der Minenmensch bist Tatsächlich Vielleicht Wer schießt den Minen auch Immer ganz nah zu uns Nee, das stimmt nicht Also ich schieß dich schon Weiter weg Aber wie oft ich dein Blödes Artillerie in der Fresse Hab Nur ich stehe direkt Nehm dir nicht Boah, ich weiß ja nicht Weiß ja nicht Ich weiß ja nicht Doch, doch Okay Könnte auch mal so eine schwere Mg-Stellung mitnehmen Weil das 180 abging Das heißt schon Kommen ich auch mal mit Probleme aus Ja Fetzt halt durch alles durch Ja So wie wir Ja Ja Ja, das ist ein Dreibe.